Keinen Weg gefunden, wie sie mit uns umgehen müssen. Big Macs Projekt finanziert die Hauptschule nebenan und nicht die Stadt Bonn. Deshalb ist das Geld sehr knapp. Bei den Rap- und Tanzstunden des Ex-Gangsters amerikanischer Abstammung ist die Bude immer voll. Big Mac erlaubt keine menschenverachtenden Texte und keine Gewalt. Mit seiner Idee war der Coach vorher am Brüserberg gescheitert. Ich war selber im Jugendhaus in Brüserberg, aber das ist einfach für mich die Arbeit nicht möglich, weil der Einfluss von gewissen Leuten, die da ihre Vorherrschaft haben, ist einfach, du kommst nicht bei den Jugendlichen durch, weil es geht ja nicht. Du kannst ja nicht im Keller hocken und den Jugendlichen was erzählen über Grundgesetz und ey, du bist was wert. Wenn dann im Endeffekt im nächsten Augenblick jemand reinkommt, der sagt, ich fick deine Mutter halt und ich bin gut drauf und noch ein dickes Auto dabei hat. Es geht einfach nicht so. Das ist das Problem. An der Realschule des Schulzentrums Brüserberg hatte man lange Zeit den Einfluss von Rattar auf die Kinder und Jugendlichen falsch eingeschätzt. Der Millionenraub hat die Pädagogen hier aufgeschreckt. Die Vertrauenslehrerin sieht die Figur Rattar heute kritisch. Bei den jüngeren Schülern war das, was er macht, hat dazu beigetragen, dass sie den toll finden. Also ich habe das Gefühl, dass es gerade jüngere Schüler ist ganz gefährlich, dass die eben schnell beeinflusst werden und die da irgendwie schnell etwas vielleicht auch übernehmen wollen und vielleicht diesem auch nacheifern. Und bei den älteren Schülern, ja, das ist dann schon die Musik dann. Er verkörpert halt das, was die Schüler wollen. Was wollen die denn? Ja, auch natürlich Erfolg und Geld, berühmt werden, etwas bringen. Und in den Augen der Schüler hat dieser Rattars zu etwas gebracht, weil er eben ein Star geworden ist in ihren Augen. Der Schulhof und Rattars Viertel grenzen unmittelbar aneinander. Dem Männerbild der Jugendlichen hat die Schule wenig entgegenzusetzen. Im Lehrkörper gibt es fast nur Frauen. Sie sehen sich machtlos. Auch wegen der medialen Präsenz von Rattar, Bushido und Co. Es sind die anderen Musiker, wie Sie sagten, Bushido, es sind Journalisten, es sind Moderatoren in den ganzen Shows abends, die auch diese Sprache benutzen. Und da muss ich Ihnen sagen, denen wird ein Forum gegeben, da haben wir sehr schwer gegen anzugehen. Haben wir da überhaupt den langfristigen... Ja, immer nur in kleinen Schritten. Wie weit das gehen wird, können wir nicht sagen. Wir arbeiten dagegen und wir hoffen, dass wir was auch langfristig bewirken, dass wir die Schüler auch zu einer kritischen Persönlichkeit erziehen, dass sie das auch differenziert aufnehmen. Aber wie gesagt, wir erfahren da hinsichtlich nicht viel Unterstützung und sind oft erschreckt, was auch in den Medien zugelassen wird, wo wir hier auf der pädagogischen Plattform sagen, das geht gar nicht. In sozialen Trainingsstunden will die neue Schulleiterin jetzt dafür sorgen, dass die Schüler sich mit dem Phänomen Hatta auseinandersetzen. Die Bewunderung hat er auch seinem rasanten Aufstieg in privaten Medien zu verdanken. Immer wieder war er Gast in TV-Studios. RTL 2 drehte mit ihm sogar eine sechsteilige Serie. Für ihn eine perfekte Werbeplattform. Auch hier wieder mit dabei Nachbar und Mitrapper Sami. Für die Polizei ein Mittäter beim Goldraub. Selbst im kurdischen Fernsehen wurde Hatta gefeiert. Er sei, so der Sprecher, ein Kurde, den jeder in Deutschland kennt. Ein großartiger Künstler. Der Star selbst stellt sich eher als Kenner der Jugendlichen dar. Er weiß, was sie sich wünschen. Kennt die Wahrheit über das Leben. Deshalb werde er von den Fans geliebt. Würden seine Platten gekauft, sagt er. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Hatta's CDs verkaufen sich nur mäßig. Alles wird aus dem Internet heruntergeladen. Im August 2009 sieht es so aus, als ginge es mit seiner Karriere bergab. Auf einer C-Promi-Party treffen wir ihn zufällig. Gerade hatten Bekannte von ihm eine Schießerei mit Rivalen auf der Autobahn. Drei Schwerverletzte gab es. Der Anfang vom möglichen Ende bahnt sich an. In letzter Zeit, keine Ahnung, warum passiert so eine Scheiße immer öfter. Wirklichkeit viel oder keine Ahnung, warum das die, dass irgendwie alle pleitzen und weniger Geduld haben und noch aggressiver. Also das passiert in letzter Zeit immer öfter. So sollte es nicht sein. Das ist scheiße. Das heißt ja auch, man hätte eine Sie treffen wollen. Aber das sind Gerüchte, das sind was halt erzählt wird. Das ist so ein bisschen. Keine Ahnung, wer was da getroffen hätte. Auf jeden Fall sind Leute getroffen worden, die es nicht verdient haben. Aber auf der Autobahn aus dem fahrenden Fahrzeug in ein Anwendungsfall. Ja, ganz gut. Nur wenige Wochen später, das nächste Drama. Polizei-Razzia am Brüserberg. An einem Krieg konkurrierender Drogenbanden war auch Hatars Kumpel Sami beteiligt. Dabei war scharf geschossen worden. Es gab Verletzte auf beiden Seiten. Die Polizei verfolgte die Flüchtenden bis zum Schulgebäude. Die Polizei hat die verfolgt. Die liefen dann hier durch die Büsche, haben sich versteckt. Und die Polizei ist dann hier über den Schulhof gefahren. Polizeihubschrauber sind also in Sichtweise der Unterrichtsfenster gefahren, haben die gesucht. Und die Kollegen haben mich aus ihren Klassenräumen mit dem Handy in meinem Büro angerufen. Frau Hesse, was machen wir jetzt? Was ist da los? Der Hubschrauber ist doch da gelandet. Nein, der ist nicht gelandet. Der hat hier nur unheimlich nah gekreist. Ja. Und diese Kriminellen haben sich wohl in den Gebüschen dahinten versteckt und die wurden dann gesucht. Hatar hält sich währenddessen in Amerika auf. Auf eigene Kosten ist er zu einer Party ins Haus des Playboy-Gründers Hugh Hefner gereist, um sich in den USA ins Spiel zu bringen. Doch Hatar hat schon bald nach seiner Ankunft mit einem der zahlreichen Models Streit. Laut Polizeiakte schlägt er einer der jungen Frauen mit der geballten Faust mitten ins Gesicht. Die Folge, Nasenbeinbruch und Schadenersatzforderungen. Für die Tat muss Hatar sofort ins Gefängnis. Nur weil die Kautionsbehörde für ihn 50.000 US-Dollar hinterlegt, kommt er frei. Doch zum Gerichtstermin erscheint er einfach nicht. Hals über Kopf reißt er ab, die Kaution verfällt. Nur vier Monate später wird er dann noch in Deutschland gesucht. Zusammen mit einigen weiteren Tätern soll er auf der Autobahn bei Stuttgart einen Goldtransporter überfallen haben. Beutewert knapp 1,8 Millionen Euro. Etliche Tatverdächtige gehen der Polizei am Brüserberg und im Großraum Bonn ins Netz. Doch die Hauptverdächtigen sind bis zum Februar 2010 nicht dabei. Die Polizei in Ludwigsburg hat eine 22-köpfige Sonderkommission gebildet, die EG Gold. Zielfahnder von LKA und BKA suchen die Verdächtigen mittlerweile weltweit. Andreas Rehmann von der Kripo ist sich ziemlich sicher auf der richtigen Spur zu sein. Der Tathergang selbst ist fast aufgeklärt. Gucken wir mal, wo diese Bilder sind vom Tatort. An diesem Autobahnkreuz wurde der Goldtransport aus Nürnberg gestoppt. Hier ist es in diesem Bereich, die Täter kamen von hier oben, haben das Fahrzeug dann hier runtergelotzt, bis hier an der Kreuzung, dann rechts ab und genau unter dieser Autobahnunterführung hat dann der Überfall stattgefunden. Die Täter trugen Polizeiuniformen, keine Masken. Sie seien von der Steuerfahndung, sollen sie gesagt haben. So überzeugend, dass die Fahrer des Goldtransports hier ihr Fahrzeug übergeben haben. Für die Polizei war Hatta der Anführer. Er war der Boss hier vor Ort bei dem Überfall. Ja, von dem gehen wir aus. Das haben unsere bundesweite Ermittlungen, zu denen ich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nichts sagen möchte, wie die im Einzelnen ausgesehen haben, haben es ergeben, dass er vor Ort derjenige gewesen sein dürfte, der der Wortführer war und auch der im Bereich der Vorbereitung der maßgebliche Mann war. Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse, wie ausgerechnet dieser Rapper aus Bonn nun dahin gekommen ist, hier in Ludwigsburg schon Überfall zu machen? Wir haben Hinweise auf Querverbindungen in den bayerischen Raum, die wir aber noch nicht so richtig verifiziert haben. Wir sind momentan da noch ein wenig am Schwimmen. Das Zahngold und der Schmuck sollten zum Einschmelzen gefahren werden. Also es waren zum einen so ganz normale Postkisten und dann die Tonnen, da war praktisch das Altgold drin. Die Beute ist nach wie vor verschwunden. Die Spekulationen können wir in alle Richtungen ausdehnen. Wir gehen davon aus, was aber durch nichts bestätigt ist, dass die Beute bereits abgesetzt ist. Der erfahrene Kripoman hat inzwischen auch am Brüserberg in Bonn ermittelt. Das Ausmaß an Zustimmung, das er dort für Hatar vorgefunden habe, sagt er uns, hat ihn ziemlich überrascht. Unser Eindruck, den ich eigentlich selber...